Ich möchte mich widersetzen diesem dämlichen Geschwätz, denn es ist den ganzen Tag das Gleiche. Das System macht einen langsam, aber sicher hier zur Leiche. Und ich weiß, dass ich so manche Menschen nicht mehr erreiche, denn sie sind bereits in der Hypnose gefangen. Und deswegen haben sie keine Chance. Vielleicht nicht im Moment. Ja, aber spiel mal weiter, ich war noch nicht fertig mit dem Text. Was machst du denn? Nein, Dibblebone. Na, ich glaub halt nicht, dass ich kann, ich bin ein bisschen besoffener. Und das macht sie auch nicht heiter, denn sie sind so fremdgesteuert. Es ist schon täglich, tagtäglich, kläglich bescheuert. Und ich weiß, es ist einfach die Zeit, wo sie versuchen, alles mit Technik zu übertrumpfen. Aber unser Herz wird nie schrumpfen. Und deswegen schlägt es mit jedem Beat gegen diese Maschine an, denn ich weiß, es ist nicht das, was uns ausmacht. Und dann können wir uns befreien. Aus diesem Gefangenen sein. Denn ich weiß, es wäre doch gemein, wenn dieser ganze Planet bei dieser Gier drauf geht. Denn ich weiß, es ist so, dass ihr mich jetzt versteht. Und ich weiß, es ist die Zeit, jetzt können wir uns erheben. Lass uns alles geben, wir sind frei. Auch wenn ihr denkt, wir werden kontrolliert. Sie eschockieren sich nun. In Wirklichkeit sind wir schon längst frei. Wir müssen es nur endlich jetzt fühlen. Dann können wir das auch erleben und geben. Wir geben alles jetzt und die Liebe wird diesen Planeten klingen. Die Gesundheit führen. Wir müssen uns nur fern. Binden mit den ganzen Leuten da draußen. Ich weiß, ob Straßen und Barrieren, das spielt keine Rolle. Sie wollen alle nicht, dass die Regierung uns fertig macht. Also lass uns zusammenhalten. Wir haben das Netzwerk und heute Nacht können wir das kapieren. Können wir das jetzt realisieren. Ich weiß, es ist jetzt da. Und deswegen bin ich jetzt da. Ich mach das alles frei. Ich knauze und ich weiß es bis in mir. Und deswegen gebe ich euch das jetzt hier. Ja, 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 ja. Das ist das Ende der Post, aber auch an mir sind jetzt alle hier, um Spaß zu haben und uns zu vertragen. Denn wir brauchen eigentlich keinen Vertrag. Wir brauchen nur Einheit, Einigkeit. Und dann müssen wir allein oder doch zu zweit. Es ist alles schon längst godiert in der Sprache, in der Sprache des Herzens. Und dass wir Drogen brauchen, um uns doch gut zu fühlen, habt ihr euch schon mal gefragt, woher dieses Gefühl stammt? Ich weiß, es ist klar, wir haben uns verrannt und deswegen sind die Wichser außer Rad und Bank und Denken, sie könnten alles machen, mit uns sind die Abends ausmachen, aber sie werden es nicht schaffen, wir sind zu viele und dieses Spiel wird niemals funktionieren, ich weiß, die werden's doch kapieren und deswegen müssen wir jetzt einfach wie ein Tier uns fern. Wenn wir gebissen werden und ich weiß, es ist klar, aber wir sollten nicht blind reinrennen, denn sie werden uns dann verbrennen und deswegen bleiben wir jetzt hier frei und bewegen mit unserem Geist, was hier noch geht, bis wir alle das jetzt hier verstehen. Denn es geht nur um ein Bewusstsein auf der Erde, wir sind hier, wir sind hier zusammen. Wir sind hier, 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 wir